Trübt der Schein vom gut funktionierenden Patchwork Glück? Es heißt, Jennifer Garner wolle nach Ben Afflecks Trennung nichts mehr mit Jennifer Lopez zu tun haben. Nach nur zwei Jahren Ehe reichte Jennifer Lopez, 55, im August die Scheidung von Ben Affleck, 52, ein. Trotz des Liebeshauses zielen die beiden weiter an einem Strang, für ihre jeweiligen Kinder, die in den vergangenen Jahren zu Geschwistern geworden sind. Jennifer Garner, 52, die Mutter von Afflecks Kindern, möchte aber offenbar nicht mehr als nötig mit der Sängerin am Hut haben. Jennifer Garner fühlte sich als Spielball zwischen Ben Affleck und Jennifer Lopez. Bereits in der Vergangenheit hieß es, dass die Elektra-Darstellerin das Gefühl hatte, während der Ehekrise zwischen Affleck und Lopez als Spielball benutzt worden zu sein. Sogar ihre eigene Beziehung mit John Miller soll dabei in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Sie habe in den Monaten, bevor die Scheidung offiziell eingereicht wurde, die Rolle der Eheberaterin für das Noch-Ehepaar eingenommen und sei laut Freund, innen gezwungen worden, Vermittlerin zu spielen. Damit soll nun Schluss sein. Wie es aus dem Umfeld der Schauspielerin heißt, möchte sich Jennifer Garner von der Ex ihres Ex distanzieren und Interaktionen ausschließlich auf die Kinder innerhalb der Patchwork-Familie beschränken. Jen möchte nicht mehr mit JLO kommunizieren. Es sei denn, es geht um die Kinder, so ein Insider gegenüber Daily Mail. Ihre Freunde meinen, sie hätte sich nicht so sehr darauf einlassen sollen, JLO zu helfen, ihre Ehe mit Ben zu reparieren. Sie sei nett und habe wirklich helfen wollen. Jennifer Garner fand Aktion von JLOs Schwester seltsam, dass die Kinder auch nach der Trennung weiterhin ein gutes Verhältnis zu ihren ehemaligen Stiefeltern pflegen wollen, ist offensichtlich. Sie wurden bereits mehrfach gemeinsam gesichtet. Und auch andere Familienmitglieder sind bemüht, den Kontakt aufrecht zu erhalten. So besuchte JLOs Schwester Linda Lopez, 53, Garners ältestes Kind Violet Affleck, 18, jüngst an der Yale-Universität, an der sie eingeschrieben ist, und teilte eine gemeinsame Aufnahme auf Instagram. Jennifer Garner soll die Aktion allerdings als seltsam empfunden haben, so die Quelle. Zwar würde sie nie schlecht über die Get-Right-Interpretin sprechen, doch Jens' Loyalität gilt dem Vater ihrer Kinder, Ben, und ihren Kindern. Sollte Jennifer Lopez Zeit mit den Kindern ihres Ex verbringen wollen, solle sie dies zuvor mit Jennifer Garner absprechen. Jennifer Garner Lausse Untertitelung des ZDF, 2020